Schau mal, da kommt der Olaf. Hallo Jungs, alles frisch? Ach, wir reden gerade über Sonntag. Die Experten sagen alle, wir brauchen den Lothar. Ja, das denke ich auch. Der Lothar, der hat die Übersicht. Und der Lothar hat immer kreative Ideen. Also mit dem Lothar schaffen wir das auf jeden Fall. Na dann rufen wir doch einfach an. Hier, da hast du mein Handy. Hallo, Lothar? Am 27. September Ihre Erststimme für Lothar Binding. Bis zum nächsten Mal.